Ich war im Studio und hatte Proben für mein nächstes Video. Mit meinem rechten Bein habe ich in die Luft getreten und mein linkes Bein war am Boden. Dabei hat sich meine Kniescheibe verschoben. Das ist es, was passiert ist. In zwei Wochen soll es wieder besser sein und dann mache ich weiter.